So, liebe Zuschauer, die Urlaubsreise steht an und da können wir Ihnen jetzt wirklich Produkte an die Hand geben, wo Sie auf der richtig sicheren Seite sind, wo Sie garantiert den kürzesten, den schnellsten und den besten Weg finden werden. Die Rede ist natürlich von unseren portablen Navi-Geräten und nicht nur davon, sondern auch von tollen Hybriden, also Kreuzungen, wo man sagt, okay, ich habe ein richtig tolles Radio, ich habe einen richtig tollen DVD-Player und das Ganze dann auch noch in Form eines Navis. Das alles haben wir für Sie und das alles haben wir natürlich für Sie im Rahmen unserer TV-Sonderpreise. Diese Preise, das muss man immer gleich vorab sagen, die gelten genau 120 Minuten, also zwei Stunden haben Sie Zeit, sich eben genau diese Preise dann zu sichern und zu diesem Preis eben an dieses Top-Produkt zu kommen. Und davon haben wir eine ganze Palette für Sie vorbereitet. Kleine portable Navis sind meiner Meinung nach die wirklich um Längen bessere Alternative zu den schon stationär eingebauten, werkseitig eingebauten Systemen, denn die lassen sich das, die Hersteller sind mit die gemeint, richtig teuer bezahlen. Und die Rede ist jetzt zum Beispiel von eben genau so einem transportablen Navi. Dieses Navi ist klein, es ist kompakt und vor allem ist es 5 Zoll groß. Und diese 5 Zoll sind ein hochwertiges Display und das Ganze mit so einer Backlight-Technologie. Das heißt, hier sehen Sie das schöne Display und hier sehen Sie vor allem, was da drauf ist. Traumhaft schnelle Routenberechnung und flüssige Darstellung. Das Ganze dann mit Real-3D-Karten und diese Real-3D-Karten finde ich einfach toll, denn überlegen Sie mal, Sie fahren durch eine Stadt, die Sie nicht kennen. Und diese Stadt hat natürlich Sehenswürdigkeiten und diese Sehenswürdigkeiten werden dann auch wirklich dreidimensional dargestellt. Das heißt, Sie gucken nicht von oben auf die Karte, sondern Sie sehen wirklich das, was zum Beispiel in Berlin zu sehen ist, in Rom zu sehen ist und wissen dann genau, ich bin an der richtigen Stelle. Hier wollte ich hin, hier halte ich an. So, wenn wir jetzt von Navigationsgeräten reden, reden wir natürlich davon, dass zum Beispiel Straßennamen verändert werden. Und diese Straßennamen, die können natürlich dann auch im Rahmen unserer Up-to-Date-Garantie dann einfach sozusagen wieder draufgeladen werden. Das heißt, hier sind Sie auf der richtig sicheren Seite, denn Up-to-Date-Garantie bedeutet nichts anderes, als dass das Gerät sich dann aktualisieren lässt. Und diese Aktualisierung, die ist hier dann mit drin. Zentraleuropa sehen Sie hier für 123,41 Euro. Diese 123,41 Euro sind schon eine Preisersparnis von 44 Prozent. Wir haben hier eine intelligente Navigation, also eine clevere Routenführung mit Echtzeitberechnung, mit Detailansicht von Alternativrouten. Denn Sie können wählen, Route 1, 2, 3, das ist natürlich bleibt Ihnen überlassen. Und dann können wir natürlich hier, wenn wir unterwegs sind, das kennen wir alle, natürlich zum Beispiel sagen, ich suche mir Tankstellen, ich suche mir Raststätten. Und das Ganze funktioniert dann natürlich hier auch mit diesem Gerät. Wir haben ein innovatives Display. Und dieses Display ist genau das, was Sie gerade gesehen haben. Es ist von hinten wunderbar beleuchtet. Wir haben hier die Möglichkeit, nicht nur uns navigieren zu lassen, sondern, und das sehen Sie genau richtig, Sie sehen hier, so, ich glaube, wir müssen es ein Stück drehen. Sie sehen hier Bluetooth, Sie sehen hier Musik, Sie sehen Insidious, Sie sehen Bilder und Sie sehen Navigation. Das heißt, hier haben Sie, wenn Sie dann Ihren Zielort erreicht haben oder im Stau stehen oder sich zum Beispiel einfach die Fahrt musikalisch untermalen lassen wollen, haben Sie natürlich hier die Möglichkeit, dann auch zum Beispiel die MP3s über das Autoradio abzuspielen. Das finde ich besonders toll. TMC Receiver, also die Stauinformation ist hier natürlich auch integriert. Die Antenne ist nämlich gleich im Ladekabel mit drin. Und TMC Pro, also die Professional-Variante, ist auch optional, denn da ist ein Freischaltcode erhältlich. Also Bluetooth-Freisprecher für iPhone, Handy, Smartphone, so, dass die Hände am Lenkrad bleiben können. Optimierung für Auto, Taxi, Bus, ja auch für Fahrrad, für Fußgänger, all das ist hier auch noch möglich. Das können Sie einstellen und 151,91 Euro, das ist das, was Sie genauestens da sehen können. Das ist, was Sie da drüber etwas kleiner sehen können, ist der ursprüngliche Preis. Das ist das, was Navgier als unverbindliche Preisempfehlung an uns zum Beispiel auch rausgegeben hat und gesagt hat, 299,90 sollte das Gerät kosten. Wir bieten Ihnen das Gerät hier jetzt an mit Europa, also die Europa-Version und das bedeutet 43 Länder sind da drauf und diese 43 Länder umfasst natürlich komplett Europa. Das heißt, hier kann einer großen Rundreise gar nichts mehr im Wege stehen. Sie werden trotzdem immer den richtigen Weg finden. 151,91 Euro für dieses tolle Gerät, für unsere kleine Rechenmaschine, die Ihnen immer den richtigen Weg nennt. Fahrtencomputer ist dabei, Routeninfos, all das ist hier drin. Klar, wir brauchen nicht nur das Ladekabel, sondern es ist natürlich auch ein Akku drin und das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel mal das Kabel abgezogen wird, geht es natürlich trotzdem weiter. 229 Gramm ist gar nichts und ich sage Ihnen eine Sache, wenn wir von kleiner, portabler Navigation in der 5 Zoll Größe reden, dann ist genau das das richtige Gerät für Sie. Hier ist komplett Europa mit drin. Das heißt, selbst wenn Sie nicht mit dem Auto in den Urlaub fahren, sondern zum Beispiel in den Urlaub fliegen und sich vor Ort ein Navigationsgerät im Auto wünschen, dann nehmen Sie es doch einfach mit, packen das in den Mietwagen und schon kann es losgehen. Und da sind Sie dann, egal ob auf Mallorca, in Portugal, egal wo Sie sind, in Griechenland, egal wo, ganz Europa ist drin. Und das Ganze für 151,91 Euro. Das war die 5 Zoll Größe. Und jetzt sagen wir klar, wenn wir 5 Zoll haben, dann haben wir auch 6 Zoll. Und da reden wir von diesem Gerät. Das ist auch wieder aus dem Hause Navgier. Das ist unser Navigationssystem StreetMate. Und StreetMate, Straßenfreund, genau das bringt es auf den Punkt für ganz Mitteleuropa. Das ist High Class. 6 Zoll Online-Navi mit mobilem Internet. Und das Ganze, Ganze einfach über Ihr Bluetooth-Handy einzustellen. Ganz simpel. Nur drauf fassen und schon kann es losgehen. Ich zeige es Ihnen hier gerade. So. Und schon haben Sie das System aktiviert. Bluetooth-Freisprecher natürlich auch wiederum für Ihr iPhone, für Smartphones und so weiter und so fort. Zentraleuropa ist hier vorinstalliert auf der Micro-SD-Karte. Und da sehen Sie es. So einfach funktioniert das. Und dann lädt sich der blaue Balken und dann kann es schon losgehen. Und dieser Karton kommt zu Ihnen in 48 Stunden. Zwei Werktage brauchen wir. Dann kann dieser kleine Karton bei Ihnen sein und dann kann die Reise schon losgehen. Natürlich nicht nur die Reise, sondern auch im Alltag. Wo ist denn der Friseur, wo ich jetzt einen Termin vereinbart habe, wo ich noch nie war? Wo ist die Arztpraxis, wo ich hin möchte? Wo ist das Restaurant? All das können Sie natürlich dann hier ganz einfach sich anzeigen lassen. Gefahrenwarner ist dabei. Da ist wirklich an alles gedacht worden. Und das Schöne ist, auch hier ist wieder ein Bluetooth-Freisprecher dabei. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit natürlich dann wieder die Hände am Lenkrad zu lassen und trotzdem telefonieren zu können. Das bedeutet, ich habe jetzt hier 104,41 Euro für ein 6 Zoll Navigationsgerät aus dem Hause Streetmate. Und jetzt sogar mit einem FM-Transmitter dabei. Das heißt MP3-Wiedergabe dann über das Autoradio. Und hier ist wirklich an alles gedacht worden. Wir haben ein kleines, kompaktes Gerät. Und der Akku, zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich bin vor Ort angekommen, aber rum zum Beispiel Fußgängerzone. Ich möchte da jetzt aber gerne rein. Aber da muss ich dann auch irgendwie, zeigt er mir hier an, noch dreimal abbiegen, viermal abbiegen. Oh Gott, oh Gott, der Akku, der hält auch lange genug, nämlich 150 Minuten, dass Sie dann auch noch sozusagen spazieren gehen können. Eben gerade haben Sie es gesehen, wir hatten Zentraleuropa und ganz Europa bei unserem 5 Zoll Gerät. Und jetzt in der 6 Zoll Größe haben wir natürlich für Sie auch genau das. Wir haben jetzt auch wieder aus dem Hause Navigate, also dasselbe Gerät, nur die Software ist umfangreicher. Denn jetzt sind in diesem High Class 6 Zoll Gerät auch 43 Länder drin. 43 Länder, also ganz Europa. Und auch hier ist die Up-to-Date-Garantie drin, also kostenlose Kartenupdates innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Empfang des GPS-Signals. Das heißt, wenn Sie jetzt dieses Paket bekommen, auspacken in zwei Werktagen, also in 48 Stunden, dann kann ich Ihnen sagen, ist diese Update-Garantie sofort tragend. Das bedeutet, Sie kriegen dann garantiert, wenn jetzt irgendwo in den nächsten Tagen noch eine Straße umbenannt wird, das so, dass Sie auch genauestens, wenn Sie in diese genaue Straße abbiegen, wissen, wie sie heißt. Bluetooth-Freisprecher für iPhone, Handy und vieles mehr. Wir sprachen drüber. Und das Ganze in dieser tollen 6 Zoll Größe. Real-Di-D-Karten, also wieder die Sehenswürdigkeiten angezeigt als Sehenswürdigkeiten, als Bauwerke, wo Sie genauestens wissen, bin ich hier jetzt richtig, bin ich hier nicht richtig. Das heißt, dieses Unsichere, dieses normalerweise von früher, kennen Sie das von den Navigationsgeräten, von oben drauf gucken auf die Karte, ist das jetzt genau die Kreuzung, wo ich abbiegen muss oder nicht? Ich wollte doch in Berlin am Fernsehturm dahinter abbiegen. Ist das jetzt genau die Straße? Das fällt durch diese 3D-Landschaften weg, dieses ungute Gefühl. Denn ein Blick, ein Kontrollblick und Sie sehen, da ist der Fernsehturm und dahinter ist die Straße. Hier ist wirklich an alles gedacht worden bei der Firma Navgier. Und wir haben aber noch mal für Sie in einem anderen und vor allem sehr, sehr wichtigen Punkt nachgedacht. Denn 399,90 wäre der Preis und der ist da durchgestrichen. Jetzt gucken Sie mal hin. 123,41 Euro. 309 Euro. Ich brauche eine Brille, glaube ich. 309 Euro. Das macht ja genau bei 60 Prozent, klar, dann sind es 309 Euro. Aber unser Preis jetzt sind, sage und schreibe, eine Preisersparnis von 60 Prozent. 123,41 Euro für ein Produkt aus dem Hause Navgier mit einer Akkulaufzeit von bis zu 150 Minuten. Wo wir wirklich ein total schönes, farbintensives und wirklich tolles einfach Touchscreen-Display haben, wo Sie einfach mit einem Fingerzeig den richtigen Weg finden werden. Inklusive, ja, so einem Premium Blitzer-Service im Wert von 24,85. Das haben wir in so einer Point of Interest, also ein Gefahrenwarner. Der ist da auch noch dabei. Netzteil ist dabei. USB-Kabel ist dabei. Deutsches Handbuch ist dabei. All das ist dabei. Und hier, gucken Sie nochmal hin. Das ist das schöne Paket. Einfach auspacken. Anschließen und losfahren. PX 8634 und die 569 ist die Bestellnummer für unsere Komplett-Europa-Variante mit den 43 Ländern. Hier sehen Sie nochmal, sozusagen als Bild dargestellt, die 5-Zoll-Navigationsvariante, die ich Ihnen eben vorgestellt habe. Da sehen Sie Zentraleuropa und da sehen Sie Europa mit 43 Ländern, jeweils mit der Bestellnummer. Die Preise nochmal sind unsere TV-Sonderpreise. Das sind die Preise, die jetzt gelten. Und bei transportablen, bei portablen Navigationsgeräten, genau wie hier die 6-Zoll-Geräte, auch aus dem Hause Navgier, auch bei den 6-Zoll-Geräten gilt, nicht nur in Ihrem eigenen Auto auf dem Weg in den Urlaub, sondern natürlich auch im Urlaub die perfekte Lösung, um immer das Richtige zu finden. Um das schöne, kleine, romantische Restaurant irgendwo in der Nähe von Palma zu finden, zum Beispiel, ist genau das das Richtige. Denn im Mietwagen einfach anschließen, Adresse eingeben und los geht's. Und jetzt sehen Sie da nochmal die Bestellnummern für Mitteleuropa und für Europa komplett mit den 43 Ländern. Auch wieder mit der Online-Up-to-Date-Garantie. Dann, wir sprachen noch drüber mit dem Extra, was wir Ihnen noch oben drauflegen. Und allein das Extra ist fast 25 Euro wert. Also dieser Gefahrenwarner, wo es blitzt, wo andere gefahren sind und so weiter und so fort. Das waren unsere portablen Geräte. Und jetzt, jetzt wenden wir uns, ja, wirklich sozusagen dem Rolls-Royce unter den Navgier-Geräten zu. Jetzt wenden wir uns hier einem Gerät zu, was ich persönlich liebe und was ich richtig, richtig toll finde. Diese Einheit lassen sich Hersteller für richtig teuer Geld in den Tausendern bezahlen. Also ein großes Display in Ihrem Auto, womit Sie alles machen können. Und das ist eben genau das System hier. Wir haben hier ein 6-in-1-Gerät. Also GPS, Bluetooth-Frei-Sprecheinrichtung, Radio, ganz klassisch FM-Radio, CD-Spieler und, Achtung, sogar ein DVD-Spieler. Musikstreaming, also über Bluetooth Ihre Musik von Ihrem Smartphone einfach über dieses traumhafte Gerät abspielen. Media Player und zwar mit der, hier sehen Sie es, diverse Anschlüsse. Da können Sie zum Beispiel eine SD-Karte reintun. Hier können Sie zum Beispiel einfach über USB zum Beispiel Ihr Smartphone laden oder anschließen oder Ihren MP3-Spieler anschließen. Und wenn wir von Navgear reden und von Navigation reden, dann reden wir natürlich auch hier von Real-3D-Kartenmaterial. Also auch hier wieder alle Sehenswürdigkeiten, alle signifikanten Bauwerke, die man sofort wahrnimmt, dann auch so dargestellt, dass Sie sie wahrnehmen. All das ist auf der Micro-SD-Karte vorinstalliert. Hier natürlich auch die Up-to-Date garantiert. Also ein kostenloses Karten-Update auch hier innerhalb von 30 Tagen nach Empfang des ersten GPS-Signals. Das heißt zum Beispiel in Hamburg heißt dann eine unbenannte Straße auch wirklich so, wie sie jetzt heißt. Und Sie wissen dann ganz genau, Moment, da und da will ich hin. Auch hier TMC-Stau-Umfahrung. Das heißt, Alternativrouten werden für Sie berechnet bei Verkehrsbeeinträchtigungen. Das kennen Sie, nochmal Verkehrsfunk von Ihrem Radiosender, den Sie zum Beispiel morgens bei der Morningshow auf dem Weg zur Arbeit hören. Dann hören Sie, da ist ein Stau, da ist ein Stau. Das wird hier alles schön verarbeitet. Wir reden hier von Westeuropa. Und auch hier ist natürlich alles dabei, was Sie brauchen. Also Karte ist drin und dann können wir, und wir sprachen drüber, sogar eine DVD schauen. Und das finde ich toll, denn ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze als Entertainment-System zu benutzen. Und wenn wir von Musikwiedergabe reden und von Navigationsgeräten, dann wissen wir eine Sache, dass zum Beispiel ja im meisten Geräten es so ist, Musik läuft, wird abrupt unterbrochen und dann kommt eine sehr, sehr unfreundliche Stimme, die in den Weg weisen will. Das ist hier nicht der Fall, denn wir haben hier eine gleichzeitige Navigationsansage und Musikwiedergabe. Hier wird nichts unterbrochen und es stört nicht. Und wenn wir von Musikwiedergabe reden, meine Damen und Herren, ganz ehrlich, die Boxen in Ihrem Auto werden noch nie so schön geklungen haben wie mit diesem Gerät. Denn hier sind viermal 45 Watt Leistung drin. Und das bedeutet, dass hier wirklich alles richtig gut klingt. Die Höhen klingen traumhaft, die Bässe klingen traumhaft. Und somit klingt wirklich all das, was Sie hören möchten, richtig traumhaft. Dann haben wir noch als Extras Kalender, große Auswahl in Hintergrundbildern. Das heißt, hier können Sie dieses System auf Ihren persönlichen Geschmack zuschneiden. Das ist dann wirklich Ihr persönliches Navigiergerät. Das heißt, Sie entscheiden, wie sieht das denn aus, wenn ich es einschalte? Was ist denn der Hintergrund? Und dann können wir sogar noch, und das finde ich toll, hier ist sogar noch ein AV-Eingang. Das heißt, Sie könnten jetzt rein theoretisch sogar noch eine Rückfahrkamera anschließen. All das ist dabei. Und jetzt ganz Europa. Da sehen Sie es. Ganz Europa für 237,41 Euro. Und bevor ich wieder schimpfe kriege, weil ich eine Brille brauche, ist aber auch ein kleiner Preis. 569,90 Euro ist der Preis, wo Navgier sagt, das wäre der Preis, den wir als unverbindliche Preisempfehlung von unseren Kunden nehmen würden. Aber Sie sind unser Kunde und deswegen sagen wir Ihnen eins, 237,41 Euro. Eine Preisersparnis von 58 Prozent. Das ist das, was jetzt für Sie möglich ist. Jetzt in diesem Moment. Für dieses tolle 6 in 1 Gerät. Und gucken Sie mal, das machen Sie wirklich so, wie Sie es haben möchten. Sie setzen da die Programme hin, die Sie haben möchten. Sie setzen den Hintergrund so ein. Das heißt, hier können Sie alles machen, was Sie möchten. Das wird Ihr ganz persönliches Gerät. Und da sehen Sie es. Das ist die Nummer von Pearl gegenüber. Und 25 Jahre gibt es das gegenüber. Also 25 Jahre gibt es Pearl jetzt. Und 25 Jahre wollen wir mit Ihnen feiern. Und genau deswegen haben wir diesen Preis für Sie möglich gemacht. Als Dankeschön. Denn wir haben uns dann alle unsere Hersteller gewandt. Unter anderem auch an Navgier. Und die haben gesagt, klar, gut, dann verdient ihr halt kein Geld. Aber wenn ihr die Kunden glücklich machen wollt, dann macht es. Und da haben wir gesagt, genau, 237,41 Euro. Und das ist der Preis, der jetzt für Sie gültig ist. Jetzt. 120 Minuten, zwei Stunden. Diese zwei Stunden haben Sie jetzt Zeit anzurufen. 0,1, 8, 0, 51, 51, dreimal die 2. Denn das ist die Nummer unseres Callcenters. Und Sie wissen es, ab 150 Euro kommt alles versandkostenfrei zu Ihnen. Auch hier, auch für das große 2 in 1 Gerät. Ja, zwei Tage brauchen wir maximal. Das ist unser Ehrenwort, 48 Stunden, zwei Werktage. Dann ist das Paket bei Ihnen. Wenn Sie jetzt sagen, warte mal, in Urlaub würde ich schon gerne fahren. Ich würde mich auch gerne von diesem Gerät navigieren lassen. Aber der Urlaub ist schon gebucht und die Haushaltskasse und, und, und. Das aber können wir jetzt schon mal streichen. Sie sehen daneben pearl.tv. Und wenn Sie da vorsetzen, www, also www.pearl.tv, dann sind Sie auf unserer Internetseite, in unserem Online-Shop. Und hier ist eine ganz einfache und simple Ratenzahlung. Das ist ganz schnell ausgemacht. Das ist keine große Fragegeschichte, wo Sie viele, viele Fragen ausfüllen müssen, sondern das ist ratzfatz gemacht. Und diese ganz bequeme Ratenzahlung wird mit 0% finanziert. Das heißt, Sie teilen wirklich jetzt nur 237,41 Euro durch drei. Und das ist das, was Sie dann für dieses Gerät bezahlen. Wir haben natürlich auch Kundenbeiträge für Sie. Und da kann ich Ihnen sagen, zum Beispiel U.S. aus Siegburg. Ein großartiges Gerät, das wirklich allen Ansprüchen gerecht wird. Leicht zu bedienen. Und genau das ist es auch. Das ist ein absoluter Traum. Und dieses Gerät sollten Sie sich jetzt zu diesem Preis nicht entgehen lassen. PX 2858 und die 569 ist die Bestellnummer für unsere Komplett-Europa-Edition. Und das ist wirklich Luxus. Das ist pur. Das ist wirklich so einfach, wo man sagt, es ist ein Traum. Und es ist ein Gerät, wo man sagt, da hat man einfach Spaß dran. Und das ist noch lange nicht alles. Denn wir legen jetzt sozusagen noch einen nach. Dieses Gerät ist schon mal toll. Und da sehen Sie genau das, was ich eben sagte. Das haben Sie jetzt schon mehrfach gesehen, aber ich bin noch nicht drauf eingegangen. Diese Kartendarstellung ist genau das, was ich meine. In einer fremden Stadt, zum Beispiel im Urlaub oder auf Geschäftsreise, orientiert man sich ja meistens in der Innenstadt so und guckt nach oben. Und dann gucken Sie ganz schnell auf die Karte und sehen, das Gebäude sieht so aus wie das, was ich gerade auf meinem tollen NAVG-Gerät gesehen habe. Da muss ich abbiegen. Das ist dieses 3D-Kartenmodell. Und das ist noch lange nicht alles. Denn jetzt haben wir hier noch dieses gute Stück für Sie. Dies ist unser Cresano 7 Zoll Touchscreen DVD Autoradio. Und wenn Sie sagen 7 Zoll, dann kann ich Ihnen sagen, 7 Zoll ist auch 7 Zoll. Denn da kommt gleich was raus. Und wie das da rauskommt, dann kommt da nämlich ein wunderschöner Touchscreen raus. Und das Ganze ist natürlich auch wieder dann zur Navigation geeignet. Natürlich haben wir auch hier eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, ein Radio, ein CD-Spieler. Wir haben natürlich auch einen DVD-Spieler. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Bluetooth alles zu streamen. Da sehen Sie es, so einfach fährt das raus. Und das ist einfach mal richtig klasse. Das ist Luxus. Und wenn Sie jetzt nicht die Möglichkeit haben, dieses 2DIN-Radio anzubauen, sondern Sie haben in Ihrem Auto nur die Möglichkeit, eben das 1DIN-Gerät zu benutzen, dann ist genau das hier das Richtige für Sie. Denn das einfach reingesetzt in den Eindienstschacht und schon haben Sie dieses tolle System. Da sehen Sie es, telefonieren. All das geht, denn Bluetooth ist hier das Stichwort. Und auch hier haben wir natürlich auch von der Firma Cresano 3D-Karten. Also diese Karten, die Sie eben gerade schon im Film gesehen haben, die sind natürlich hier auch. Also Sehenswürdigkeiten sehen Sie und biegen dann an der richtigen Stelle ab. Auch Up-to-Date-Garantie. Und Up-to-Date ist zum Beispiel dieser Film immer noch. Ich liebe ja die beiden Herren. Bud Spencer und Terrence Hill. Und jetzt gucken Sie mal, auf Ihrem Radio gucken Sie, nachdem Sie Ihre 18 Senderspeicher fürs Radio zum Beispiel durchhaben und feststellen, da ist jetzt nichts für mich dabei. Dann können Sie sogar eine DVD sehen. Und das finde ich toll. 246,91 Euro für dieses tolle Gerät. Und ich bin immer wieder verliebt. Gucken Sie mal hin. Das ist Hightech. Das ist Luxus. Überlegen Sie mal. Da kann man alleine, ich mache es nochmal zu. Ich finde nur dieses, das finde ich schon schön. Das ist schon so dieses Gefühl, wo ich sage, wow, das ist aber mal richtig toll. Das ist mal richtig einfach ein Produkt, wo ich sage, es macht Spaß. Nochmal. Gucken Sie mal. 4x45 Watt, das ist aber für mich jetzt alles wirklich nebensächlich. Ich mache es immer wieder auf und zu. Denn für mich ist einfach das Schöne, ich habe hier ein normales Autoradio. Und wenn ich, das finde ich das Schöne, wenn ich diesen Bildschirm benutzen möchte, dann fahre ich ihn raus. Denn das, was ich hier in der Hand habe, ist die Fernbedienung. Und die gehört zum Beispiel auch noch dazu. Das heißt, selbst wenn, ja, die etwas Kleineren, also ihr Nachwuchs auf der Rückbank, ja, die komplette Entscheidungsgewalt über das Unterhaltungsprogramm während der Fahrt haben soll, dann ist das auch möglich. Denn ich habe hier noch eine Fernbedienung für Sie. Und das Ganze kommt zu Ihnen, zu eben diesem Preis mit der Bestellnummer PX8330 und die 569. Jetzt gehen wir mal wieder nach ganz Europa. Also ganz Europa ist jetzt hier drin. Und das Ganze zu dem Preis. 265,91 Euro für unsere, ja, ich sage es mal so, 6 in 1 Unterhaltungsmaschine. Denn auch hier natürlich GPS, also Navigation, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, sodass die Punkte und das teure Bußgeld Ihnen erspart bleibt. Die Hände bleiben am Lenkrad und trotzdem können Sie telefonieren. Eine Radiofunktion ist drin. CD, DVD-Spieler, Bluetooth-Streaming, also die Musikinhalte Ihres Smartphones dann natürlich auch auf diesem Radio. Dann USB, ein ganz einfach, ja, können Sie auch noch anschließen, also Media Player. Und das Ganze dann mit einem 7 Zoll Display. Also 17,5 Zentimeter. Und gucken Sie mal, es ist ein Touchscreen und das ist doch toll, oder? Das war früher richtig, richtig große Zukunftsmusik. Und wenn da einer gesagt hätte, dass die Navigationskarten auch noch in 3D-City-Modellen sind und 3D-Landschaften und dass das alles zu diesem Preis möglich ist, da hätten Sie vor 5, 6 Jahren, sogar noch vor 3 Jahren gesagt, nee, kostet mindestens das Dreifache, das Vierfache. Nein, jetzt nicht. Sie haben sogar eine DVD-Spieler-Funktion. Und das Ganze für 265,91 Euro. Ganz Europa ist hier drin, also wirklich jede kleinste Gasse, ob in Italien, in Portugal, jede kleine Gasse kennt Ihr Autoradio. Und das ist doch einfach mal toll. Musikausgangsleistung, wir sprachen drüber, 4 mal 45 Watt. 265,91 Euro. Auch hier natürlich versandkostenfrei. Und auch hier über www.pearl.tv ganz einfach in drei Raten zu 0% finanzieren. Das ist wirklich ein Highlight. Und das macht einfach immer wieder Spaß. Ich mache es nochmal, nur den Knopf Open und schon geht es los. Ich finde es einfach so toll und es macht einfach einen Heidenspaß. Da sehen Sie es. Selbst hier ohne das Display können Sie jetzt sehen, Radios, Sie können es ganz klassisch, wie früher die Radios, ganz einfach dann natürlich auch über dieses Display bedienen. Und das Große bleibt drin. Denn hier sehen Sie den Anschluss. Hier könnte ich das USB-Gerät anschließen. Hier sehe ich die normale Radiofrequenz. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel nachts fahren und wissen, den Weg kenne ich über die Autobahn. Das geht jetzt nur noch 200 Kilometer geradeaus und ich brauche jetzt eilig gesagt keine Karte. Dann können Sie das natürlich auch so betreiben. Und das finde ich toll, denn der Displaybildschirm, die Helligkeit im Auto, die fällt dann weg. Hier wurde auch wirklich an den Sicherheitsaspekt gedacht. Denn so habe ich die Möglichkeit, einfach ganz normal trotzdem zu telefonieren, all das zu machen. Und vor allem, da sehen Sie es. Jetzt würden wir Radio über 87.5 hören. Das wäre in Hamburg sowas wie, ich glaube, NDR. Und wenn ich sage, hätte ich gerne, dann gucken Sie, kommt es raus. Ich finde es so toll. Und wieder rein. Und gucken Sie, Radio geht dann da unten weiter. Und das finde ich das Tolle. Hier wird nichts unterbrochen, sondern gucken Sie nochmal genau hin. Da war es so. Und das ist das Schöne. Wir haben immer noch dieselbe Radiofrequenz. Also, wir haben für Sie jetzt ganz Europa für 265,91 Euro. Mit der PX 83,31 und der 569. Das ist genau das, was wir jetzt für Sie möglich gemacht haben. Jetzt im Rahmen unseres Jubiläums. 25 Jahre Pearl steht unter dem Motto, 25 Jahre Innovation zuerst erleben. Und sowas ist für mich einfach mal wirklich eine Innovation. Denn es macht einfach richtig was her. Und es macht einfach richtig Spaß. Wenn Sie da den Zündschlüssel umdrehen und draufdrücken und sagen, ich fahre jetzt los. Und es kommt raus, dann sieht das einfach richtig toll aus. Und das garantiert, es bereitet Ihnen jedes Mal helle Freude. So einfach, gucken Sie mal, geht die Frequenzwahl. Alles ganz einfach über den Tapscreen. Egal, ob jetzt die Bluetooth-Einstellung oder, oder, oder. Wir reden immer noch von diesem Gerät. Aber wir haben ja zwei Varianten für Sie. Also, Westeuropa. Das ist die PX 8330 und die 569. Und ganz Europa. Ja, da sehen Sie es. Gucken Sie. Ah, stopp. Mein Fehler. Gut, also, da sehen Sie noch mal das 2DIN-Autoradio. Das, ja, große System, was Sie in den 2DIN-Schacht einsetzen können und ganz einfach montieren können. Das Ganze, ja, zu zwei traumhaften Preisen. Einmal die Westeuropa-Variante. Da habe ich die PX 2857 und die 569 als Bestellnummer für Sie. Und dann habe ich natürlich komplett Europa. Also wirklich von ganz unten Gibraltar bis ganz oben. Alles ist dabei. PX 2858 und die 569 für komplett Europa. Das war die 6 Zollgröße. Und ich war jetzt schon ein bisschen übereifrig. Denn, Sie haben es ein bisschen gemerkt, allein dieser Open-Knopf, allein dieses Rein- und Rausfahren, das bereitet mir eine helle Freude. Deswegen war ich schon bei diesem Produkt. Da würde ich Ihnen auch gerne noch mal die Bestellnummern sagen, während wir noch mal das hier machen, was ich persönlich am liebsten mache. Also Open. Los geht's. Westeuropa habe ich eine Bestellnummer für Sie. PX 8330 und die 569, so wieder zu. Und die 569 und das ist dann für Westeuropa. Und die PX 8331 und die 569 für komplett Europa. Dieses kleine Wunderwerk sollten Sie sich zu diesem Preis nicht entgehen lassen. Und damit Sie unterwegs, zum Beispiel im Auto, immer auf der richtig sicheren Seite sind. Und gegebenenfalls, wenn Sie irgendwo, zum Beispiel, die Straße gefunden haben, wo Sie hin möchten, aber die Straßenlaterne ist kaputt oder, 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 brauchen Sie richtig eine Taschenlampe. Und jetzt gucken Sie mal auf den Preis. Genau, Sie sehen es richtig. Null Euro. Wir reden von 25 Jahren Pearl. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel viele, viele dieser Preise für Sie so drastisch reduziert haben und für Sie möglich gemacht haben. Und da möchten wir Ihnen natürlich auch gerne ein kleines Dankeschön schenken, denn ohne Sie als Kunde wird es uns nicht geben. Deswegen gibt es diese tolle LED-Taschenlampe. Eine superhelle 3-Watt-Cree-LED-Lampe mit fokussierbarer Linse und eine Lichtstärke bis 150 Lumen. Die gibt es jetzt für Sie als Geschenk. Einfach anrufen und sagen, GRA 16884 und die 569 mit einer Leuchtweite, Achtung, bis 200 Meter. Das ist unser Geschenk an Sie. Und selbst wenn Sie sagen, das mit den Radios, weiß ich nicht, aber die Lampe, die hätte ich gern. Dann rufen Sie trotzdem an. 0180 51 51 3 mal die 2. Denn unser Geschenk geht so oder so gratis an Sie raus. Aber die transportablen Navis und auch die stationären zu dem Preis sind ein Angebot, wo Sie jetzt wirklich drüber nachdenken sollten. Aber bitte denken Sie nicht zu lange nach, denn wir sprachen schon drüber, die Preise gelten 120 Minuten. Zwei Stunden. Und diese zwei Stunden sollten Sie nicht verstreichen lassen, denn dann sind die Preise eben nicht mehr möglich. Überlegen Sie sich jetzt, was Sie brauchen. Eins davon brauchen Sie garantiert, um irgendwann den richtigen Weg zu finden. Und deswegen heißt es jetzt, zugreifen 0180 51 51 3 mal die 2. Und das, das ist Ihr Geschenk. Also rufen Sie jetzt an.